Ah, ihr seid ja schon alle drin und ich warte noch. Ohohoh. Oder was? Ja. Oder was? Ja. Rumble. Ja, Bumsbus oder was? Nach privatem Spiel in EU. Guck dir an, das ist der Grund. Wie soll man das bitte nach einem privaten Spiel suchen können? Dann ist das Spiel ja nicht mehr privat. Ja, weil sonst hat man ja kein Auto. Die beste Map, die es gibt. Ich finde die echt cool. Na egal, die ist vielleicht witzig. Ich habe Zufall gemacht. Hast du Booster-Aufladung gemacht? Nee. Richtig low. Ich habe bei jedem Booster-Aufladung gemacht, außer bei dir. Benni! Nein! Ich habe fast einen Tor geschossen, Alter. Ich habe gedacht, das ist unseres. Also, das ist gut. Deine Staten sind gleich weg. Nein, ich habe dich weggedabbt, du Hure. Lutsch mein rechtes Hottis. Die, 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 die starren, so, die, das ist einfach so, als hätten man da irgendwie so... Guck, was ist das? Moment, wie verpackt war das? So, als hätte man einfach Spiel, äh, Momente ins Spiel machen wollen, die keinen Spaß machen. Warum kann ich dich nicht weggedappen? Das macht einfach so gar keinen Sinn. Der kann mich nicht weggedappen. Loll. Loll, alter, sick. Joel! Ich habe ihn weggeschossen. Guck dir euch das Tor an! Hure, das war sick. Ich habe ihn Joel weggeschossen und du hast es gemacht. Guck hier, so wie ich hinterher geflogen bin. Und jetzt habe ich ihn Joel weggeschossen. Das war voll witzig. Okay, das habe ich nicht gesehen, hab ich mal gesagt, alles. Das war mal das richtig krasses Tor. Rumble, I'm a rumble, so many rumble on my world. Ich komme gleich wieder, das ist mir nicht gut. Ah, man. Ich hole es Bild, schon jetzt. Eine Minute rumble. Ich habe Bock auf rumble. Ich hole vor. Der größte Fehler. Rumble, sie haben gesagt, das macht Spaß. Alter, ihr seid ja echt super. Meine Freundin hat sich gerade von mir verabschiedet, tut mir leid. Bruder von Luder, Jodi! Du hättest doch mal springen können. Scheiße, ehrlich, wollte ich anfahren. Nein! Die Doppelpenetration hat mich geklappt. Ich weiß, ich bin unter dir geflogen. Unter dir geflogen. Loll. Alter! Jodi, kommst du nicht ganz hin, oder? Nein! Penny, du Drecksau! Nein! Was ist? Ey! Ey, was ist, Junge? Du hast mich weggeschubst. Ich habe gar nichts gemacht. Jetzt? Oh. Was? Natürlich geht er fast. Nein! Was ist der rauskriegt? Oh, ne, der kommt auch noch. Der kommt. Ich save, ne, ich freeze. Oh, und jetzt kriege ich die Stacheln, oder was? Ich will mein Tor hier nochmal schütteln. Du hast gerade Stacheln, Jol. Warum kann man Rumble nicht aufgeben, Mann? Hey, warum wollt ihr aufgeben? Ich will nicht daran, dass es privates Spiel ist. Oh, wollt ihr aufgeben? Was keinen Bock macht! Oh, jetzt fühlt er, jetzt fühlt er, jetzt fühlt er, jetzt fühlt er, jetzt fühlt er sich, Jol stacheln. Ich will mein Tor hier nochmal schütteln. Jol holt sich erstmal Boost. Doktor, 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 Doktor. Alter, bist du retarded, dann manchmal, schwarz. Ich bin Tryhard von Natur und Retard von Geburten, ja andersrum. Du hast ihn rausgelenkt, oder? Ich weiß nicht, ich hab ihn, auf jeden Fall wollte ich auch hochfliegen und bin aber danach hoch. Ja, wie geil war das? Was auch immer passiert ist? Der Benni, der hat sich da... Guck mal, wie sick ich den gerettet hab, hier. Gut, Ben, gut. Gut gemacht, Kevin. Du bist was Besonderes. Danke. Nein! Ich stehe immer fast auf, wenn ich fliege. Jawohl, Jere! Oh. Boah, fuck! Nix hier, und ich mit deinen blöden Magneten hier. Nein! Hallo, Jere! Ich hätte nicht gelacht! Oh, Mann. Ich hab den einer auf den anderen gekickt. Nein! 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 Wann fliege ich? Nein! Nein! Fuck! Wann fliege ich? Ich hab den... Wo kommst du her, Jere? Jere Mitte. Jere hat die Goldfaust. Achtung, der hat einer Stacheln. Nein! Ja! Er hat die Stacheln. Alter, die Stacheln. Alter, die Stacheln. Halbwie lang habt ihr denn die Scheiße? Ich hab ihn auch noch mal bekommen. Der André, der hat auch einen Namen, aber dann... Der André. Der André. Voll witzig. Ah! Ihr Wichser! Ich hatte die Stacheln. Jule noch 30 Sekunden. Jule klappt nicht ganz. Oh, Jere, der ist sick. Ich hab ihn dir gelassen. Alter, nee. Guck dir das an. Ich hab das R-Duell nicht gewonnen. Ja, schade. Das war ne Vorlage. Hast du den gefreezed? Ja. Voll geil. Ich wollte dich auch wegdrücken. Und dann hast du mich weggedrückt. Schau mal auf die andere Seite. Ich fühl mir einfach das gleiche vor. Alter. Der fliegt immer so schön hoch. Das ist halt wiedergekommt. Ich will Juni noch einmal zerstören. Nein! Ich hatte Stacheln. Boah, guck mal. Ich hab verrückter Wissenschaftler 1 und 3 gekriegt. Schaut mal auf meine Räder. Ja. Ich bin wieder mit Benni zusammen. Hihihi. Hauptjuni, diesmal ficken wir sie. Ja, ich will's den Arsch. im fußball kann es nur hinten rein AHHHHH der war knapp ey der war süß das hat keiner gesagt das war knapp aber nicht süß er hat voll den counter gegen mich gehabt ich dapp ihn weg und dann teleportierte sich ich hab dich ey das war ich Nein! Ups, Scheiße, nein, nein! Das war schlecht. Wow. Nein, Alter, Benni! Das ist Rumpel-die-Katz. Rumpel-die-Katz. Alle haben die Fresse, Junge. Jol, bist ein bisschen schnell unterwegs. Bisschen schnell unterwegs. Ach, Mann, ich hab Jol-Katz, wie das weg ist. Alter. Ich fliege einfach mal quer durchs Bild. Volles Bruder hier mit der Frau. Das war gar kein Skill. Skill. Benni hat Skill. Hashtag Benni hat Skill. Nee, ohne Hashtag. Geh, Juni! Ja! Oh, ich hab noch einen Magnet gekriegt, hätte ich noch einen Freeze gekriegt. Und ich hab einen Jol noch weggekriegt. Äh, Juni. Guck, ey, ich hab den noch ausgelöst, wär das noch ein Freeze geworden. Ja. Sehr witzig gewesen. Im letzten Moment... Schlechte Verbindung. Okay, Benni. Jetzt waren wir wieder 5 Tore, Kotz. Sonst wird's spannend. Ich hab Gold in die Faust. Na, Alter, ey! Nein! Guckt euch das an, Alter! Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, was? Ja, vor allem ich hatte die Staffel. Ey, Benni hat mich... Dann aktiviert die Staffel. Oh man, ey. Das ist wie... Wie wenn jemand losfahren würde und dann... Oh fuck, ich hab was vergessen und dann dreht er nochmal um. Ein Pferde rückwärts. Ich hab ihn gefreezt und wieder weitergegeben. Ich wollt ihn outfreezen. Nein! Dann freeze ich jetzt. Hab ich schon. Achso. Ah, Juni, geil! Der Teleport war sick. Alter, laber nicht. Ja, Mann! Ey, ihr habt's bisschen verkackt. Schaut mal ein Tor bei uns. Ich bin da irgendwie hochgefahren. Ich schießt nur Tor mit Items. Beste Beschwerde. Ja, ihr habt kein Skill, heißt das. Solang sich ein Jo ist dein Darm nicht öffnet. Mein Darm... Halt's auf! Also mein Darm ist dauerhaft offen. Der atmet... Ich atme durch meinen Arsch, Mann. Ja, aber das ist aber ziemlich warme Luft. Alter, wirst du nämlich nicht auf... Ich finde es immer ungenehm. Ich finde es immer ungenehm. Ungenehm. Unangenehm. Ja, sag mal Dick, Alter. Wow, Alter! Irgendjemand hat mein Turbo eingeschaltet. Ach du, der hat Stache irgend... Ich war... Ich bin grad Stache weg. Der Joel hat mich weggehauen. Ich kann's schon nicht machen, Joel. Jetzt kommt der Spider-Manie. Alter, jetzt kommt das Magnet-Duell, Alter. Jetzt kommt der Skill-Shot. Hey! Ihr macht nur Tor mit Items. Hättest du den Rumble, Alter. Der Faust nicht gehört, hätte der auch... Dich auch nicht so stark auf den Ball schießen können. Jere, das war wegen deinem Magnet. Ja, ich hätt'n aber rausgezogen, wenn das andere Item nicht gekommen wär. Ja. Äh, was ist denn der Joni gemacht? Sehr gut. Easy. Boah, schicken niggim. Schicken niggim. Ja! Der Jere! Ja! Meiner! Wer hat ihm geboxt? Der Jere! Nein, was? Hey, das war Joni. Wir hatten alle... Jeder hatte was dran. Hey, war's unser gemeinsames Tor, würd' ich sagen. Nein! Ich hab's bekommen! Dann steht's 4-4. Wirklich alle. Okay, steht 4-4. Doppel-Boost! Warum fährt er jetzt nicht doppelt so schnell, ey? Ich komm nicht hinterher! Ah! Putz die Katze! Putz die Katze! Putz die Katze! Putz die Katze! Ja, da hab' ich sehr hart ausgespielt, zwar jetzt Zeit... Joni, du musst rein! Ha, der Benni hält den auch! Wie geil war das! Ja, ich wollte Rückgärts dann noch fahren. Ich hatte hier auch die Stacheln angemacht. Bis ich vorher in Rückgärts... Da hab' ich's hier reingeschlängelt. Was ist denn hier? Ja! Du bist einfach nur hochgesprungen! Ich hab' den schon vollaufzug gehalten. Benni, du musst jetzt auf'n Ball gehen! Ja, ich weiß. Ich bin aber falsch rumgefahren. Ah, dann ist das ne gute Ausrede. Ich bin ziemlich gut da reingeschlängelt. Dann ist es legit. Ups, das war ein schlechter... Ja, richtig geil! Der Telefon war sick! Du warst nicht... Weil du, ähm... Mich... Du warst... Boah! Der hat noch fast noch aufgehalten, ey. Ja, eben. Ich hab' gedacht, der Joel fliegt in mich rein. Deswegen explodiert er. Weil ich hatte die goldene Faust. Ja, du bist nur auf'n Ball gekommen. Und dadurch hast du dich noch mal aufs Exzal reingehauen. Hätt's ein bisschen dagegen fliegen müssen, oder so. Ja. Ich hab' gedacht, ich explodier' nicht, Joel. Ich hatte keinen Boost mehr, deswegen konnte ich nicht irgendwie... Ja! Den lass' dich, ey! Ja! Du hast das Geld auch mal vor den Arsch geschoben. Oh, wieso muss man nämlich schon ne WhatsApp-Gruppe machen, wie du es mir glaub'n bist. Ja, ich hab' das jetzt doch... Ja, das ist doch... Ja, ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... Nochmal die gleiche Aktion! Okay, so geht's auch. Ja, scheiße. Ja, ja... In welchem Game bist du... Äh, kannst du fliegen? Ja, klasse, ey! Nächster Benni, ich hab's genau gesehen. Hm? Ah! Du hochlich! Alter, jetzt werde ich bisschen weggefallen, ey! Jawoll, der geht! Ja! Danke, Benni! Hey, was hab' ich denn gemacht? Du hast mir Speed gegeben, oder die Jere? Ja, es war schon viel weiter vorher, wo ich die Karki... Sicher die goldene Faust! Und dadurch... ... hab' ich den perfekt gerechnet, Orange! Jere, was ist? Macht's aber kein Spaß, wenn man hinten liegt, den Rumble! Nein! Ich bin grad am Handy gewesen! Achso... Das ist legit! Ja, denn wenn du mir das erlaubst, dann ist ja alles gut! Jere, jetzt mach dich! Oh, das wär' voll das krasse Tor gewesen, Mann! Ich will Juri noch zerstören! Mach dich, Stacke! 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 Wuh, Juni! Jawohl! Ah, das wird der Unkuss haben! Ah! Benny, jetzt wird gerippt! B, B, Me, C! Okay, Benny, jetzt full tryhard, please! Ich bin, äh... Es geht's mal! Ich bin tryhard von Artur, retard von Geburt! Diesen Spruch hab' ich heute schon mal gehört! Aber andersrum! B, J, V! Aber andersrum! Ich meine, es ist zu ließen! Oh! Ah, ficken mich doch in die Anus! Als ob! Als ob! Ey, das kann das doch nicht wahr sein! Was?! Kines! Letzte Ballberührung! Perfekt! Ja, fuck! Das war sogar ich! Ach! Gut, Benny! Ja, ich war... Ich hab' gedacht, wir gehen rein! Oh, fuck! Alles im Lot! Ich werd' gespawnt! Ich werd' gespawnt! Nein, ich hab' rausgeschlagen! Oh! Nee, ich hab' nicht... Bekommt'n der Boost jetzt so langsam! Boost! Hey, gib' die Säte! Ey, das gibts doch nicht! Joni, lass ihn mir! Lass ihn mir! Wir lassen dir gar nix! Nein! Scheiß lass' ich dir! Mit deinen Scheiß-Stacheln, damit kannst du nicht fahren! Nein! 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 Alter, mach' das geil! Scheiß' Stacheln, Alter! So komm' ich mir nicht durch! Scheiße! Ups, das war nicht so schlau! Ey, ich bin so schlecht für das Spiel! Joni, mit dich! Was? Ich wurde wegteleportiert! Er tut mir leid. Nein! Er gibt mir den Kick, Joni! Echt? Nein! Ich dachte, ich könnte nicht auffallen, dass du gar nicht kriegst! Boah, das ist ja gut! Oho, was hat passiert?! Halt's auf! Wir waren beide zu hunderschönig! Ich mach' mich stachelig! Oh, du spieg' vorbei! Nein! Ich mach' ich mich stachelig! Warte, ich komme mit Stachelig! Oh, jetzt ist der auch noch stachelig! Go, 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 go! Was? Wie kurz waren die denn? Das ist... Kommt drauf an, wie ich... Wund die genervt! 6! Mann, du das letzte Mal stachelig warst! Oho, jetzt geht's auf, Alter! Halt's auf, Mann! Ich hatte noch grad'n Weckehauen! Ich hab' die Hütenscheiß, ey! Ich geh' wieder auf'n Strich! Ja, genau! Du hast ihn ja richtig weggehauen! Der ist ja... Der hat sich ja Zentimeter bewegt! Der hat sich ja die Sauknopf-Taktik gemacht! Jere, jetzt aber! Was jetzt aber?! Das hat nix mit Skill zu tun! Ich hab' nix mit Skill gesagt! Ich hab' nix mit Skill gesagt! Nein, was die hier verproziert hat nix mit Skill zu tun! Das heißt, ich kann auch nix machen! Oh fuck! Zauberei! Ich hatte grad' Zauberei! Nein! Benni, der Zauberer! Oh fuck! Ich hab' gedacht, ich hab' Stoße! Nein, ich bin zu dumm! Nein, ich bin zu dumm! Ich bin verdrückt! Alter, ich krieg'n fucking Befreiungschlag dafür! Nein! Was? Ich war das! Ich war das! Das war ganz schön cool rausgeholt! Muss ich zugeben! Nein! Dadurch hab' ich ein altes Tor gemacht! Alter, hab' ich das noch gemacht? Alter, guck das Haus! Ich hab' dir nen Benni geklaut! 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 Dann hat'n der Benni geklaut, ey! Alter Benni, 75 Punkte ist schon ein bisschen schlecht! Halt die Presse! Ey, du hast 80! Ey, ich hab' 80! Ich hab' 85! HA! Oh! 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 The burn! Ach! Wie redet das grad aus? Das war rückwärtsgang einlegen! Oh ja, das war das! Ich bin cheating, ey! Oh! Oh, shit, Alter! Oh, ich hab' die Noob-Taktik! Ich hab' die Noob-Taktik! 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 Ja! Das war also die richtige Noob-Taktik! Oh, f*** mich! Also, nein! Alter, wo kommt das her?! Ich mach' mich stachelig! Oh! Stachelig! Stachelig! Ja! Oh, toll! Ich werd' weg-teleportiert! Voll die Scheiße! Immer bei den geilen Sachen werd' ich teleportet! Und jetzt bin ich auch nicht mehr stachelig! Scheiße, Ben! Wir haben nur noch eine Minute! Und wir brauchen noch eine! Nein! Hilfe! Was ist das passiert?! Der geht, der geht, Alter! Ja! Jawohl! Was für ein Rotz! Na! Was passiert hier?! Was passiert grad? Nein! Scheiße! Ja! Ich bin ja vorbei gesprungen, gell! Ja! War der geil! Ja! Das hat nix mit geil zu tun! Das war richtig geil! Du sollst mit deiner Freundin Schluss machen nach dem Tor! Ja! Guck! Weggedoppt! Und reingelocht, Alter! Wie ich's mit meiner Freundin mache! Ja! 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 Ich hab eigentlich nen Knopf gedrückt, aber auf einmal drückt jeder wahrscheinlich! Ja! Jeder hat drückt! Auf einmal drückt... Nein! Auf einmal drückt... Ja! Ja, Jony! Machen nicht! Machen nicht! Ich mach noch Zerstörung! Bis dahin! Ja! Ja! See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again To see you again To see you again